Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Abyss. Ja, manchmal ist es simpel, manchmal ist es schwer. In unserem Fall ist es Dummheit. Der Strahl des Bewegungssensors kann nicht nur Türen und Feinde vernichten, er wird auch von Glas reflektiert. Wenn man behutsam vorgeht, kann er von mehreren Glasflächen reflektiert werden. Ich bin zerstört! Okay, ein bisschen weiter nach hier. Aua. Ja, okay, ich bin hier gar nicht so schlecht markiert. Aua! Oh, du Penis! Okay, warte, brauche ich einen Mutsch? Hier bin ich, Kollege. Okay, ich habe ihn jetzt außer Gefecht gesetzt. Hier, komm. Ach, schießen, nicht schließen. Ich habe dann jetzt mal schließen gelesen. Okay, ich muss irgendwie schauen. Das ist richtig. Scheiße, ich stelle... Oh, diese Kamera, ne? Boah. Ey, wenn ich hier gleich draufgehe, ne, dann ist das oberpeinlich. Ich stand da voll gut. Aber die Kamera ist gerade... Eingang. Die Kamera ist gerade... Hallo? Hallo? Oh, ich stehe hier gar nicht mal so dumm. Oh, du Pimmel. Ja! Egal, das war's wert. Das war's wert. Okay. Ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Ich hätte gerne Energie, wenn ich ehrlich bin. Ich bin hier gerade ein bisschen oft... gestorben. Egal. Egal. Kriegen wir hin. Ach, und jetzt auf einmal... Ist hier die Tür offen, oder was? Spawn? Spawn holt mich. Blauhausen. Hä? Was soll ich mit denen machen? Ich mach doch nicht die Tür, Alter. Wandlautsprecher. Immun gegen alle Waffen. Kann aber betäubt werden. Gut, gern die Tür ist gerät. Äh, 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 äh. Okay, ich geh in die Offensive. Ich will nicht sterben. Beziehung. Alter. Alter. Okay, was ist mit ihm? Warum, warum kann ich ihn nicht treffen? Aha. Aha. Oh. Temp, 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 temp. Okay, ich kann immer noch wieder raus. Aber bitte. Aua. Verpasst mir doch keiner, Alter. Junge. Okay, komm, mach dein Gehäuse auf. Komm, Zeit für den Staubsauger. Lüftung. Einmal bitte. Nein. Indizium. Stürzen, oder? Okay, ich mach das lieber aus der Ferne. Komm, öffne dich. Öffne dein Herz. Das war's für ihn. Hä, ich dachte, das war's? Ich dachte, der ist... Damage. Okay. Jetzt aber, oder? Ich treff die nicht. Egal. Egal. Okay, für 200 will ich jetzt nicht meckern. Äh, alles an Munitionen. Ja. Gut. Neues Upgrade erworben. Zeit. 70 Sekunden ungefähr. Oh. Mein Kopfhörerkabel geht flöten. Ähm, ja. Okay. Finde ich jetzt nicht so überragend. Wollte nicht. Ja, ich weiß, das war sehr kostenlos. Entschuldigung. Ich... Es kommt nicht wieder vor. Okay, 50. Ja, okay. Das war... Ja, das war schlau. Ich glaub, ich hab Minus gemacht. Okay, aber das ist spätestens jetzt wieder raus. Und die Dinger liegen ja auch echt überall rum, also... Das Spiel lädt einen gerade dazu ein, ein bisschen verschwettenerisch zu sein. Was? Inaktiv. Wieso das denn? Inactive? I don't want to have it inactive, Alter. Oh, nice. Hallo. Mh... Extra live! Nice! Aber das ist hier nur was für Mooch, ne? Okay, okay. Das hätten wir. Extra live. Ist toll. Ist schön. Aber... How do I get in there? Das Paneel ist nicht aktiv und kann nicht verwendet werden. Ich mein doch gar nicht... Hä? Dann würde ich doch das hier scannen. Das Paneel... Hä? Okay? Und was genau soll ich dann tun? Verschlossen. Diese Tür ist verriegelt, kann aber mit einem aktiven Paneel geöffnet werden. Wo ist denn dieses Paneel? Panel, whatever. Eigentlich ja hinter dem... Kühlschrank hier, ne? Moonging, alle Waffen, kann aber getäubt werden. Hä? Oh. Psss... 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 Hallo. Nice! Oh, ne, das ist ein Labyrinth. Ich mag kein Labyrinth. Aufgeheimer Mission mit Mooch! Achso. Hä? Okay. Muss ich mich jetzt dafür schämen, dass ich das nicht schon vorher gesehen habe? Oder, oder, oder was? Hä? Was ist denn hier mit dieser Tür? Ja, wie? Ist nicht aktiv und kann nicht verwendet werden. Also hier ist kein... Durchgang. Hä? Bin ich doof? Das ist eine rhetorische Frage. Ah, Moach. Moach. I need ya. Nice. So. Geil. Wo, wo, wo bin ich? Oh, geil. Hier oben möchte ich bitte, bitte bleiben. Hier fühle ich mich ganz wohl. Ich weiß nicht, warum das Schwinde blau und Licht... Das ist bestimmt ein bisschen galt, aber wir haben ja Winterspeck, ne? Ich habe mir so viel Winterspecke bei Weihnachten weggefressen, ne? Das ist so krank. Okay. Hier, hier ist sie. Alles. Alter. Gegen die Satellitenschüssel? Höhöhöh. Wird stachelt? Ich kann lesen und erdenken. Okay, was hätten die Barrieren mit ihm gemacht? Ich meine, es sind ja nur Barrieren. Die übrigens auch absolut futurell sind und deswegen auch gar nicht echt sein können. Also, okay. Das ist auch der, der mit Meerschweinchen-Spionen redet. Aha. Na, 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 na. Halt dich fest. Danke. Oh, Alter. Das waren bestimmt 150. Oder so in dem Dreh. Ich war nie gut in Mathe. Entschuldigung. Oh, ja, geil. Wackel deinen Arsch. Damit dein Arsch für mich ist. Geil. Was? Das inaktive Räberling-Haushaltsgerät. Der Schrei des Bewegungssensors kann durch Satellitenschüsselbarrieren schießen. Riechse den Bewegungssensor aus, damit er auf die Satellitenschüssel schießt, um sie zu zerstören und die Barriere einzureißen. Satellitenschüssel. Verwundbar durch die meisten Waffen und kann von Mut betäubt werden. Er schafft eine undurchdringliche Barriere, um Gebiete unzugänglich zu machen oder andere Feinde zu schützen. Okay. Der Strahl des Bewegungssensors kann durch Satellitenschüsselbarrieren schießen. Hütze den Bewegungssensor aus. Ja. Okay, das ist schön. Das ist toll. Ja, hier, komm. Chill, Alter. Cool. Eine Diskette! Silberne Datenbank. Steu-Gewähr-Munitions-Upgrade. Ich will neue Waffen. Ich glaube, obwohl wird es noch neue Waffen geben. Ich meine, wie kann ich dann die Slots ändern? Nein. Keine Ahnung. Okay, hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Ich check das mal eben. Ja, okay. Nee, jetzt gehen wir mal hier bitte nicht auf den Sack. Das finde ich jetzt ungünstig. Oh, gut. Oh, New Chapter. Ach, und hier sind wir von oben. Alles klar. Dann. Weiter geht's. Oh, ich darf speichern. Nice. Tschüss. Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Ja. Wo ist mein Taxi? Fünf Minuten ist nicht schnell genug. Jetzt hören Sie mal zu, wir sind ein großer Kunde bei Ihnen. Was würde mich das interessieren? Kriegen Sie es jetzt? Alter. Geht weg da. Tür schließen. Komm, komm, komm. Yo. Das sind Bügeleisen. Und die fahren Schlittschuh. Okay. Ich würde gerne wissen, ach, das sind Schutzschilde. Da haben wir Bügeleisen. Verwundbar durch die meisten Waffen. Dieser Feind ist zwar durch eine dicke Eisenrüstung geschützt, aber durchaus verwundbar, wenn er seine Kufen öffnet. Kufen? Was sind das? I, I, I don't know what are Kufen. Alter. Okay, die sind mir jetzt schon so anstrengend. Ich bin im falschen Winkel. Aua. Nee, ganz ehrlich, gegen die Kämpfer. Ja. Glaube ich. Okay, die sind so dumm und öffnen sich, aber ich finde, das sind trotzdem... Die Ransch-Tamm-Elegi-Knapp. Nein, nein, nein. Du grabst mich nicht. Du grabst mich nicht. Das kannst du fett vergessen. Aua. Dieses Meerschweinchen. Verschone mich. Alter, was ist denn hier? Toll. Warum treffe ich denn nicht? Munition kaufe ich nach. Das ist nicht das Ding. Aua. Aua. Für die Spinnen kriege ich gar nichts. Das ist klasse. Ich treffe die nicht! Oh, du Wichsvieh, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Nicht nur fernkämpfen, sondern auch noch sich verpissen. Das ist ja ekelhaft. So, wo ist der Toaster? Noch eine goldene Diskette, Alter! Nice! Neue Waffe verfügbar. Die Elektropeitschen-Power-Attacke ist nun maximiert. Oder ist das verstanden? Irgendwie so. Ich, äh... Ja, okay. Saberling, wo die Innovation von heute das Produkt von morgen ist. Ach, die Schnauze. Also nicht die Stimme an sich, die Synchronsprecherin, sondern... Halt's mal. Gut. Hallo? Moment. Munition. Nein, das ist die Gesundheit. Ich kann nicht lesen. Was machen wir? Kann man Munition machen? Automatisch. Verkauf. Munition. Waffen und Upgrades. Elektropeitsche 2.0. Eine Elektropeitsche, die der... mit der man auf Kurzentfernung Power-Attacken ausführen kann und die über eine Anziehung... Anziehungsfunktion verfügt. Okay. Haben wir. Munition. Auch hier bitte. Danke. Karte. Neue Waffe geworden. PP-Attacke. Halte-RT gedrückt. Ja, lass anschließen. Boah! Okay, so ein Rundumschlag. Nice Upgrade der Worm. Ja, und wo sehe ich jetzt? Warte. Hallo? Karte. Detaillierte Pläne deines Momotan Aufenthaltsorts. Nutze den Kartenbildschirm, um leichter zum Ziel zu gelangen. Ach so, das ist Select. Oh. Alter, was? Wie viele Disketten gibt es? Und war... um Gottes willen, ich will gar nicht wissen. So in der Daten-Diskette. Geh zum Computerzentrum. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele ich schon... Oh Gott. Wie viele ich schon verpasst habe. Nein. Ach, Karte ist Select. Nein, ich... Hallo? Okay. Ich... Ich will gar nicht wissen, wie viele ich schon verpasst habe. Okay, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich da oben... Ja, ja. Nehme ein Anus. Ah, okay. Die ist nicht zu übersehen. Also die kriegen wir auf jeden Fall irgendwie. Vielleicht. Maybe durch... Ah, hier waren wir schon... Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Oh. Oh. ich bin gerade ein bisschen überfragt wegen den disketten ich hätte das überall glas und hier ist dicht dann wollen wir doch mal ok ja Wie das Heim erst festgelegt werden lassen. Ja. Aua. Sonst rollt er sich immer ab wie so ein Profi. Das hört sich an den Staubsauger an. Okay, I want to get in there. Also nicht in, sondern on. Wenn ihr hier versteht, was ich meine. Nein! Oh cool. Warte, ich muss das hier nochmal probieren. Das finde ich cool. Nee, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Wenn ich ehrlich bin. Da ist eine Tür. Das ist die falsche Taste. Das macht nichts. Alter. Boah, nice. Ich bin Darth Vader. Ich bin, ich bin, was heißt mehr Schweinchen auf Englisch? Keine Ahnung. Squiggle war Eichhörnchen, ne? Eichhörnchen, Eichhörnchen. Okay, warum, warum ist es hier so dunkel? Bring mir nochmal ein bisschen Licht ins Dunkeln. Oh nice. Das hätte ich ohne sonst nicht gesehen. Quares, nur um ganz sicher zu gehen, bevor ich mich wieder in die Disco wage. Kannst du bestätigen, dass mein Outfit bereit ist? Alles neu kalibriert. Keine Sorge, du bist vollständig vor dem Schallangriff der Lautsprecher geschützt. Großartig. Achso, ich dachte, da geht es noch weiter hoch. Ja, jetzt fallen lassen. Und Moach? Überprüf mal bitte. Aber da ist nichts, ne? Ne, okay. Ja, wir gehen auch nur mal sicher, ne? Gut. Was ist jetzt so? Höh, blöd. Ich finde das Geräusch voll geil. Ich finde das geil. Entschuldigung, aber... Das entschuldige ich mich. Was steht da? Die Saberling-Garantie. Computer-Sieger. Okay, wait. Ist das Deko? Ach, das ist so eine Tür. Wait. Ja. Nice. Warte, ich bin dumm. Okay. Sind das Rasierer? Ach, du Scheiße. Gut. Elektro-Rasierer. Sind die nur meistens elektrisch? Ja, finde ich auch. Bin ich auch. Vollgebig. Das geht in der Luft. Nice. Okay, ich feier das. Die sind aber nicht so einfach zu treffen. Aber wenn man sie in der Luft trifft. Dann sind sie relativ früh Matze-Pampe. Das ist das geil. Komm mal her. Nice. Gut. Ach, du Scheiße. Will ich das? Keine Ahnung. Geht der wieder zu? Es tut mir leid. Ich finde das geil. Ähm. Wo muss ich hin? Amin. Das ist das Holz und kann durch ein Lame zerstört werden. Ach so. Echt? So, Wimpe? Nein, 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 nein. Ja, ich bin schon über der Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich halte euch nur unnötig auf. Alter. Alter. Mach mir nicht ein bisschen kräftig, Alter. Ich hätte gern Kontrollpunkt, wenn ich ehrlich bin. Ach so, das geht ja. Stimmt. Entschuldigung. Ah, da, 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 da. Platz, mal doch vom Munitions-Upgrade. Nice. Ich seh nix. Was ist das? Fahrstuhl-Schüsselkarte. Ach cool. Das war von Relevanz. Okay, gut. Kiste. Fahrstuhl. Okay. Ähm. Kann. Mutsch kann da auch nicht durch. Okay. Ach so. Muss ich, muss ich das Ding anlocken? Ach nee, das war für die Tür. Das war für die Tür. Oh. I think I found my way. Ach du Scheiße. Okay, ist der Kasse? Oh. Okay. I'm there. Das ist nicht die Tür meiner Gebürde. Aha. Oh fuck. Scheiße. Scheiße. Wo ist der Scheiß? Oh lol, war das knapp. Nice. Okay. Okay. Die Tür bleibt offen. Danke. Ich weiß nicht, warum. Ich... Keine Ahnung. Gut. Was ist jetzt? Was ist denn? Von da sind wir gekommen? Mehr oder weniger. Ähm. CD-Player? Nein. Höh. Höh. Oh fuck. Warte, warte, hier sind die Sachen. Alter, du Bastard. Da kam der Samson Sound her. Samson Sound. Okay. Sein Name. Schlüsselkarte verifiziert. Der Fahrstuhl ist nun entriegelt. Okay. Ich bin im Fahrstuhl. Lagebericht Team. Hier unten ist alles ruhig, Darwin. Bin extrem bereit, dich da rauszuholen, die. Meine Scans zeigen dort keine Haushaltsgeräte an. Ich werde dich weiterhin überwachen, bis du beim Kern ankommst. Danke, Speckles. Hey, leg dir auch mal ein knapper Päuschen ein, Leute. Early und halten. Passt auf, ich wage mich jetzt ins Kernstück der Computeranlage vor. Echt? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Kontrollpunkt reicht mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.